Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 27.04.2022, über die Geek Talk Daily 1188. Nachdem ich eine Nacht auf der Toilette statt vor dem Mikrofon verbracht habe, geht es jetzt wieder weiter. Zu viel der Informationen tut mir leid, aber eben, gestern ist ausgefallen. Heute mit Twitter, iCloud, Teams, Nintendo, Google und Samsung. Zuallererst, Twitter, ja, setzt man einmal die Daily aus, kauft oder wird dem ganzen Kauf zugesprochen seitens des Twitter-Boards, dass man jetzt offen ist für die Übernahme von dem lieben Herrn Elon Musk. Jetzt liegt es daran, ob die Mehrheit, besser gesagt nicht alle, sondern ob die Mehrheit der Twitter-Aktienbesitzenden ihre Aktien verkaufen zum aktuellen Kurs. Wenn dem so ist, dann geht Twitter zu Elon Musk. Und ja, mal schauen, was dann passiert. Wie ich gestern in einem Tweet geschrieben habe, aktuell schreien sie alle, dass sie jetzt von Twitter weggehen. Das ist doch wie bei WhatsApp und Facebook. Immer grosses Geschrei, aber niemand tut das. Ich bin mal gespannt. iCloud Private Relay. Die Möglichkeit, eurem Daten- oder privatsphären Schutz ein bisschen zu erhöhen, ist einfacher erklärt worden. Und zwar von Seiten Apple. In den Shownotes, mit einem Link versehen, direkt zum Anschauen. Ein Video, wo euch Apple auf Deutsch erklärt, wie iCloud Private Relay funktioniert. Weiter geht es mit Microsoft, aber wir bleiben auf der Apple-Silicon-Schiene. Und seit eineinhalb Jahren gibt es sie, die Mac-Computer mit dem Apple-eigenen Silicon, dem Apple-eigenen Prozessor. Es haben viele Apps schon umgestellt und laufen nicht mehr über die Rosetta 2-Schiene. Nee, die sind mittlerweile eben allesamt oder vielefach für den Apple-Silicon optimiert. Bei Microsoft, da dauert das Ganze immer ein bisschen länger. Und vor allem kommt dazu erst mal eine Beta. Wie könnte es denn auch anders sein? Wer will, also ich glaube, ziemlich viele Microsoft Teams nutzenden eine Apple-Silicon-eigene Version haben, der kann sich die Beta jetzt runterladen und dann das als Universal App für eben den Apple-Silicon nutzen. Ich bin mal gespannt, wie stabil das ist, aber das wird mir sicherlich der Maik in einem der nächsten Geek-Talk-News-Episoden erzählen. Dann geht es weiter mit der Nintendo-Figur Mario. Die hat ja, oder wie gesagt, Super Mario Bros. hätte in diesem Jahr einen Animationsfilm in die Kinos kommen sollen. Das ist jetzt leider nicht so. Letzten September hat man angekündigt, dass diese Weihnachten der Film kommen wird. Es wird sich verschieben, und zwar auf Frühjahr 2023. Die Termine für Japan am 28. April und USA am 7. April stehen schon mal fest. Ich bin ja mal sehr gespannt und freue mich da schon drauf. Weiter geht es mit noch mehr Datenschutz, nämlich mit Datenschutz-Labels im App Store. Ne, ich spreche hier nicht vom Apple App Store, da gibt es das Ganze ja schon länger. Neu gibt es das Ganze jetzt auch im Play Store, zumindest in einer abgespeckten Version. Da müssen Entwickler jetzt angeben, oder dürfen, bis und mit zum 20. Juli, was für Dienstleistungen, Tracking oder sonstige Auslesefunktion, Dienste, das die Hersteller nutzen, also die Entwickler der Apps einsetzen, und zu welchem Zweck, dass sie Daten erhoben werden. Ob sie das selber machen, ob sie da externe Dienste nutzen, etc. Ich bin ja mal gespannt, wie schnell da wie viele mit aufspringen werden, bis es dann soweit ist. Dann gibt es noch Neuigkeiten von Samsung, und da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Wie ihr ja im Geek Talk Podcast schon vielfach gehört habt, ihr, glaube ich, auch schon in der Daily, aber vor allem auch im Blog gelesen habt, bin ich ein grosser Fan der Samsung SSD T-Serie. Das sind die kleinen, circa Kreditkarten, grosse und ein bisschen dickere SSDs, die man als Speichermedium benutzen kann. Die gibt es ab 1, 2 Terabyte, ich glaube auch noch ein bisschen kleiner, je nachdem, wie viel das man dann auch immer braucht. Die konnte man schon ab der ersten Version runterfallen lassen, man konnte sie im Spaghetti-Wasser tauchen, und so weiter und so fort. Was jetzt man auch kann, ist das noch mehr, das quasi übertreiben mit diesem runterfallen lassen und Wasser etc. Warum? Mit der Samsung SSD PSSD T7 Shield ist jetzt nämlich ein robustes und leistungsstarkes Speichergerät auf den Markt gekommen. Es hat ein kleines Gummimäntelchen rundherum bekommen und somit ein bisschen grösserer Schutz. IP65 zertifiziert ist das Ganze und somit dann eben geschützt vor gröberen Geschichten. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich da ein neueres Modell auch mal ein bisschen genauer anschauen kann. Ich bin da, wie gesagt, ein grosser Fan und würde mich freuen, wenn das klappt. Mal schauen. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag und würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.